Ich habe mir überlegt, mir klingt ein ganz normaler Typ wie du und ich als Rapstar verkleidet. Schickt ihn mit 3 Securities durch den Crowd und schaut was passiert. Schaut, ob vielleicht sogar Leute drauf hineingehen und anfangen selber Geschichten rund um den Rapstar zu erfinden. Untertitelung des ZDF, 2021 Ja, ja, ja. Danke, danke, danke. Nein, wie in Wirklichkeit. In Wirklichkeit. Little Kitchen! Shoutout an Little Kitchen. Little Kitchen!